Chat, schreibt mal rein, so, was war das Schlimmste, was ihr wirklich in der Schule gemacht habt? Wofür ihr auch einen richtigen Einlauf gekriegt habt, so richtig so reingehämmert, Alter, von den Eltern. Lehrer mit Stuhl abgeworfen vor Wut, Bro. Das könnte aber, also ich weiß ja, Chat. Unterschrift gefälscht. Ich hab wirklich alles gemacht, ne, aber das nicht. Unterschrift hab ich noch nie gefälscht. Ja, hab ich noch nie gemacht. Tür eingeschätzt, hab nie was eigentlich, Klo-Tür kaputt gemacht. Bin in der Pause Star Wars-Sammelkarten holen gegangen. Und das Schlimme, was mir eigentlich heutzutage so leid tut, ne, dass eigentlich die Lehrer, die am liebsten waren, ne, so, weißt du, wie ich mein, so einfach lieb waren, mit denen hat man eigentlich einen Larry gemacht. Ja, das war das Schlimmste. Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, was mir heutzutage noch, ich weiß noch, meine Erdkundelehrerin, Frau Liedtke, die war so nett, so lieb. Und ich hab's einfach durchgezogen, einen Zittstreik anzuzetteln, dass die ganze Klasse mitgemacht hat. Gut, ich hatte nach Elterngespräch, aber die war einfach so lieb, dass sie sich einfach nicht durchsetzen konnte. So, da hatten wir auch, die war viel zu lieb. Da konntest du so an die Scheiße erzählen, da hat's dir immer geglaubt. Ja, wir haben einen Zittstreik gemacht, dann haben wir uns alle mit dem Rücken zu derer hingedreht, dann ist sie nach vorne, also, ne, quasi nach hinten, ne. Dann haben wir uns wieder alle rumgedreht, ich glaube, halbe Stunde lang das Spiel. War eigentlich echt leid, ne. Aber das war, mit den Liebsten, da hat man das Schamannack gemacht. Deswegen, ne, als Lehrer musst du da eigentlich wirklich echt ne klare Kante fahren, ne. Weil wenn du zu lieb bist, dann, äh, ja, jetzt läuft das Lied, ich hab gar nichts gemacht. Ja, dann haben wir uns eigentlich ein gut Feuerlöcher genommen und es in die Raucherecke im Wald schneien lassen. Da hast du aber auch Respekt gehabt, oder, dass da keine Fäuste geflogen sind, oder? Also, es haben wohl die Hardcore-Boys damals bei uns, Realhauptschule, gemeinsamer Pausenhof, sag ich euch, wie es ist, da wäre ich nicht rein mit dem Feuerlöchern, hätte er rumgesprüht. Ich auch nicht. Weil dann würde ich wahrscheinlich heute hier nicht mehr sitzen. Ich weiß auch, ich hab einmal welche geärgert, die in der Klasse oben drüber waren, dann haben die mich irgendwann geschnappt, haben mich auseinandergezogen und haben mich bei den ganzen Pausenhof geschleift. Dann hab ich es nie wieder gemacht. Nie wieder. Hast du verloren, ne? Und, was man auch immer gemacht hat, in der Pause, wenn immer alle raus mussten, wollten wir immer drinbleiben. In der Pause mussten die eigentlich immer nach der Pause auf, und du wolltest immer drinbleiben. Ich hab früher in Eberzahn gewohnt, aber wir sind da immer eine halbe Stunde Fahrt, das war als Katastrophe. Boah, die Stinkbomben haben wir auch mal gezündet, diese Dinger. Rieser, danke. Wisst ihr, was früher noch Assi war, was wir gemacht haben? Bei uns waren die Klassensäle so ein bisschen höher verlegt, aber der eine Pausenhof, der war dann genauso hoch, ne? Der war da, wo du auch schon warst, ne? Da sind wir hingegangen, haben Tischtennisbälle in Alufolie gemacht und haben dann in die Alufolie Löcher reingemacht und dann den Tischtennisball angezündet. Da war das wie eine Rauchbombe. Alter. Kennst du das nicht? Wenn du den dann ansteckst, ist das wie eine Rauchbombe. Ja, und da war ich auch mal der Führer davon, ne? Gab es da einen Ärger? Dann hat Raybital ausgerastet? Raybital, das war ein blauer Brief nach Hause. Da war ich auch gut dabei, ne? Was hat Raybital dann gemacht? Das gab erst mal Schimpfe. Fußballtrainingverbot. Meine Eltern hatten eigentlich immer das Druckmittel bei mir. Fußballverbot. Und wenn Fußballverbot war, dann war es schon hart, Digga. Ah, ja, bitte, danke für den Zehnten. Ich habe nie so Verbote gekriegt. Nie. Nie Hausarrest, nix. Ich habe immer Fußballverbot gehabt. Museligersteam hier. Ich habe nie von meinen Eltern irgendein Verbot gekriegt. Das Klassenbuchkacken ist auch eine dumme Idee. Ja, die ist vielleicht nicht so gut. Ist einer von euch, einer war Klassensprecher oder so? Das wollte ich nie sein. Klassensprecher in der Klasse, für die sind immer so die Streber-Mädels. Ich wollte auch nie Klassensprecher sein. Ich hatte damals aber eine Türkin neben mir, Digga. Die hat mich auch gut durchgeschliffen, ne? Ja. Die war super lieb, Digga. Nassi. Vielleicht stand die auf dich. Nassi. Ich war es. Du warst, Jonas Schmidt, Streber. Die hat mich eigentlich gut durchgetragen durch viele Prüfungen, ne? Kanntest du Lehrer von der IGS? Trinley oder sowas hieß die. Die kam immer für Englischunterricht an einem Abi von der IGS. Und die hat mich gehasst und ich habe sie gehasst. Und wir beide haben uns beide gehasst und konnten uns halt leiden. Und dann im mündlichen Abitur hat sie mich gefickt. Sie hat mich gefickt. Ganz ehrlich. Ich hätte vier, das würde ich nur sagen, ich hätte vier Punkte gebraucht zum Bestehen. Und ich war wirklich gut. Wirklich. Und sie hat mir drei reingedrückt. Ich hätte vier Punkte gebraucht und, Digga, ich war mir sicher. Ich bin raus. Geschafft. Easy. Easy. Also, wenn es keine vier Punkte, easy. Und ich komme da rein. Ja, das war eigentlich schon ganz gut, aber für vier Punkte reicht es nicht. Ich habe mir eine drei reingedrückt. Sie hat mich gefickt. Sie hat mich gefickt. Die habe ich in Englisch. Guck mal. Das ist aber was, was man eigentlich wirklich lernen muss, ne? Fürs Leben, Jungs. Hört zu. Man legt sich niemals im Leben. Verscherzt man sich mit Lehrer? Die sitzen immer am längeren Hebel. Man verschätzt sich nicht mit Behörden? Die sitzen immer am längeren Hebel. Man verschärzt sich nicht mit Polizisten? Die sitzen auch immer am längeren Hebel. Mit Leuten mit einem längeren Hebel darf man es nie, niemals verscherzen. Weil, siehe, der Hebel kommt immer. Der Hebel kommt immer irgendwann zurück. Ihr könnt ihn noch so fertig machen und beleidigen und ihm recht sein. Der Hebel kommt zurück. Wahrscheinlich, was ich mache, mal gut in Englisch. Vier Punkte in Englisch ist ja nicht gut, Digga. Ja, also ich war nie gut in Englisch, aber ich habe mich halt dann reingebissen. Aber Fußballtrainer dasselbe. DJS Play, danke für den Zehner. Heute wieder ein typischer Teasy-Stream. Einfach geil, lustige Geschichten und Schmarrn vom Feinsten. Ein Zwölf von Zehn-Stream. Und das sage ich als alter Hasen mit 30 Jahren auf dem Buckel. Macht weiter so, treuer Zuschauer, seit sechs Jahren. Dann drückerle an euch, drückerle zurück. Ehe, Mann. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, warum. Ich war halt schon immer sehr vorlaut. Immer viel Witze gerissen. Immer ein passendes Spruch auf der Lippe gehabt. Habe ich dann auch immer von Timo gelernt, die Sprüche. Habe ich dann dort auch umgesetzt. Habe ich dort auch umgesetzt. Und ja, so ist es dann halt passiert. Sagen wir es mal so. Und da habe ich mich halt wirklich reingekniet dann am Ende. Aber zu spät. Ich habe mich zu spät reingekniet. In der Schule. Dann in der Berufsschule und auf dem Techniker. Also in der Ausbildung. Da wusste ich dann, dass man was machen muss. Und da hat es auch geklappt. Aber in der Schule, ja, weiß es nicht. Alles scheißegal. Man lernt alles zu im Leben. Man sagt es halt umsonst. Das ist halt, die Lehrerin hat mir eine schlechte Note gegeben, weil ich mich geweigert habe, die TNO-Mütze abzusetzen. Okay, gut, das verstehe ich jetzt aber nicht. Schade. Gib mir die Nummer, ich kläre das mit ihr. Ich bin jetzt alleine für die IT von 12 Schulen verantwortlich und kann mich revanchieren bei meinen ehemaligen Lehrern. Das ist gut. Ja, aber was willst du da machen? Was will ich da machen? Ja, gute IT machen. Nee, aber da habe ich dann so ab Ausbildung und Techniker, da habe ich dann den Kopf geschüttelt, wenn die andere scheiße gemacht haben. Da habe ich mir dann auch gedacht, so ey, Hauptmuster nicht sein. Oder so welche, die dann morgens in die überbetriebliche Ausbildung kamen, ohne ihr Werkzeug, sich alles bei dir geklaut haben. So, da habe ich dann irgendwann gesagt, der kriegt von mir gar nichts mehr. Ja, ich sage, da ist mal der Irmo dann schon vernünftiger, so ein bisschen gereift. Irgendwie da war ich sehr gern. Also, wenn man wirklich überlegt, die Zeit als Jugendlicher ist geisteskrank. Man baut so viel Scheiße, wenn du auch überlegst, was wir mit den Autos gemacht haben und so. Das ist so unbeschwert. Ja, so. Man denkt aber alles gar nicht nach. Aber warum, man sagt es ja jetzt dann so ein bisschen dann im Nachhinein, aber es ist halt wirklich so, ne? Man denkt über die ganze Scheiße, die man gedreht hat, gar nicht nach in dem Moment. Ja, weil das Problem ist, du hast ja auch noch kein eigenes Geld verdient. So, du weißt gar nicht, was du vielleicht für eine Kacke, so, weißt du, ich meine? Du warst alles noch so, da gab es Heimkommen, Playstation zocken und auf dem Sportplatz. Mehr gab es doch nicht. Der Rest hat dich doch gar nicht gejuckt. Bist du normalerweise gesagt, ich will was zu essen. Da stand das Essen auf dem Tisch. Da hat dich das halt interessiert, ob du, keine Ahnung, ja, Auto, keine Ahnung, machst du das Auto kaputt, so, es war nicht dein, so, weißt du, ich meine? Das hat dich einfach in dem Moment so gejuckt. Timo, was würdest du machen, wenn einer deiner Kids mal mit einem Tadeln nach Hause kommt? Ich würde den Familienbeirat anrufen, bei rufen, würde sagen, alle, alle Mann jetzt hier hinsetzen und dann würde ich über das Thema erstmal reden und würde mir mal die Situation schildern lassen, was da los war. Abspore. Bocatelboda. Und dann, äh, gegebenenfalls mit dem ein oder anderen Druckmittel auch vielleicht dagegen wirken, ne? Das Einzige, was man nicht machen darf, und das haben auch meine Eltern dann irgendwann gesagt, und das, ich wurde oft auch manchmal von der Lehrer zu Unrecht für Sache gedings und die Eltern haben dann das den Lehrer geglaubt, so, ne? Da haben meine Eltern auch heute schon mal gesagt, okay, da hätten wir vielleicht damals mal ein bisschen fester sein sollen, ne? Auch zu den Lehrern und nicht alles immer nur den Lehrern glauben, sondern auch dem mal was glauben, weil es waren oft Dinge, wo ich für irgendeine Scheiße auch angeklagt wurde und die ich nie gemacht habe, nie gemacht habe. Ja, ich muss halt auch sagen, ähm, ich finde es auch, also, also, im ersten Moment würde ich niemals, wenn jetzt jemand zu mir kommt, erstmal die Schuld abweisen, wie viele Eltern das auch machen, so, mein Kind macht das nicht, mein Kind ist nicht so. Würde ich auch nicht machen, ich würde, aber wie du sagst, ich würde mir das halt auch wirklich deswegen an den Tisch setzen, anhören und wenn das dann wirklich so ist, dann würde ich auch was in die Gegenrichtung machen, aber ich wäre der Letzte, der sagen würde so, mein Kind macht das nicht, mein Kind macht das nicht. Weil das hatte ich mir früher in der Schule, da gab es auch ein Lehrergespräch, weil ich angeblich immer eine Mitschülerin geärgert habe und die Mutter von der hat immer gesagt, mein Kind, weil ich habe gesagt, ey, die hat aber auch, also die hat auch immer gestichelt, da hat es halt auch was zurückgekriegt, ne, und dann hieß es immer, nee, mein Kind macht das nicht, ich war der, ich war der Gearschte, aber dabei hat, die hat auch immer gut ausgeteilt und da hat es halt auch mal dann irgendwann einen dummen Spruch zurückgekriegt und der war halt sehr hart, okay, aber den hat sie gekriegt. Ja, das ist, ich muss auch sagen, wir waren jetzt, ähm, am Montag, äh, waren wir im Sea Life, in Speyer, ne, 17 Uhr war da die Heilfütterung und, äh, das ist quasi in so einen Tunnel eingebaut, ne, also, da ist nicht viel Platz drin, sagen wir es mal so, mein zwei Buben, die sind da halt auch einfach hin und da war da vorne, war schon noch viel Platz und da saß ein Kind, ne, und dann hat sich halt, der Große, hat sich halt einfach neben das Kind gesetzt, weil er zugucken wollte und von dem anderen großen Kind, was da noch war, war die Schwester, die musste dann halt ein bisschen rücken, dass alle hinpassen, und dann hat sich von da hinten, am Montag hast du gestreamt, Timo, ja, ich weiß es mal, ich kenne die Wochentage nicht mehr, äh, hat sich dann die Mutter eingemischt, oder am Sonntag, hat sich dann die Mutter eingemischt und macht dann so, äh, Henry, sag dem Kind, es soll weggehen, Henry, dann schiebt das Kind halt wieder zurück und ich gucke die Mutter an, so eine richtige Allmann-Uschi, ne, ich gucke die an, ich sage so, gute Frau, das sind noch genug Platz für fünf weitere Kinder, die ganze Kinder wollen doch auch was sehen, mein Kind sitzt jetzt schon seit 20 Minuten und wartet auf die Fütterung, sage ich, ihr Kind kann doch alles sehen, es ist doch genug Platz für alle, nein, wir warten schon seit 20 Minuten und Henry hat sich den Platz gezählt, wo ich mir denke, Digger, so eine richtige Allmann-Uschi, eine Kerstin, könnte auch eine Kerstin gewesen sein, da sage ich, ja komm, hat keinen Sinn, lassen sie gut sein, ne, einfach so sinnlos, Digger, wie kann man sich da wirklich so ein Kopfzerbrechen drüber machen, was kostet einen Tag am Ziel, läuft jemand, wir haben zu, zu viert, glaube, 53 Euro bezahlt, oder so, sag ich, und in so Sache, würde ich mich nie einmischen, Digger, das sind Kinder, die müssen da selbst mit klarkommen, keine Gameplay-Änderung, leben die Kinder bei dir, Timo, nö, in freier Wildnis, ab und an kommen die mal vorbei, Meister, komm mal rein, dann nachts können sie raus, ja, ich habe so eine Klappe drin, die können auch machen, was sie wollen, in der Regel wohnen sie bei uns im Felserwald, schlagen sich durchs Leber, kämpfen sich durch, ich habe letztes Mal einer gefüttert, in freier Wildbahn,